bitteschön. Danke. Delta Kai, der soll mal schreiben hier. So, dann würde ich mal sagen, ich springe nach Rasta und dann geht's, nee, ich springe nach Omikron und dann ab nach Balent, ne? Können wir mal. Also erstmal, wie heißt der Typ nochmal, Alter? Äh, Doomsday. Aber es ist Delta Kai, also von daher. Ja. Warrior of Death heißt er, mit Unterstrichen. Ja, ich guck gerade, wohin, Jungs. Oh, er war direkt neben mir, Digga. Ja, okay, dann wo ist der? Hinten wir dem ans Target? Ach, Digga, ich bin noch gerade neu gespawnt. Komm, Balent jetzt, hallo. Ja, ich bin da rein und ich kann nur drei Stück in die Gruppe nehmen. Ja, springt, springt. Ja, ey, make an X in, äh, Fleet Global, bro. Er hat ein Chat-Bahn, ein Permachat-Bahn. Ja, super. Echt. AFK, AFK, zwei Minuten, Skaza, und es ist für meine Freundin. Yep. Slipper. Okay, guys, äh, ja, okay. Let's go. Ja, sorry, Crossy. Das sollen wir nicht erstmal alle nach HT-Grün machen, Alter? Nö. Ja, dann komm ich Single-Jump, Balent. Ey, du Herren-Loser. Ich kann mich nicht mit rein. Überleg bitte, wenn du Lead hast, dass du einen Träger in der Gruppe hast, oder? Und nicht auf irgendwie Blink, oder? Ey, der Crossy, der Crossy ist im Livestream, der geht nach Balent. Also geh ich auch nach Balent. Du kommst aber mit dem Träger nicht nach Balent. De facto musst du entweder das Schiff wechseln, oder was soll ich machen, ne? Sollen wir jetzt was anderes machen, oder wie? Nein, ich sag nur, das ist irgendwo. Ja, Panic, bau halt woanders auf, und dann springen wir nach dem mit, äh, Genau, das ist correct. Das ist doch auch ne gute Idee. Ich mach nur gute Ideen, Bruder. Auf jeden. Nimm mir die Salami aus, Mann. Kann ich nicht. So, hier, Balent 2.0. Alle rausspringen schon. Wo ist der Knusperkrofen? Da hin. Digga, 6 Kader, schade. Hahaha. Schmeißt du Livestream off? Nö. Nö. Aber ich hab nur 2 Kader, dann nö. Wie gesagt, du kannst dir das jederzeit... Du kannst dir das später auch noch reinziehen. Ja, Digga, du gehst einfach ganz... Irgendwann nachher, guckst dir das in Ruhe an. Und fest dich dann an, ne? Fest dich dann an, und dann sagst du, ey geil, ich war live dabei, Mann. Ich wollt grad sagen, ich brauch... Haha, dann fällst du dich dabei an. Geil, Alter. Ich mach schon die Nippel streichen. Aber die Vaseline nicht vergessen. Oh, ja, oder? Ja, oder die Wehe tut's auch. Hahaha. Kling, 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 kling. Top ganz hoch. Was, du'st das? Nein. Wiederhole das nicht wegen der Reaktion. Willst du mal wissen, wieviel Nukes ich heute schon geballert hab, Alter? 1500. Target-Farerung. War ein guter Schnitt. Erik Husu. Flash kommt noch mal hinter uns. Ah, PvP, mies. Ja, ein Striker, 22er, heftiger, nur. Das ist der einzige hier im System. Nee, hier unten ist noch einer. Ja, den seh ich doch, Junge, ich hab unendlich fast Rage. Oder hier, Target-Farerung. Ja. Ja, der ist da hinten. Was hat der denn da für... Magnetischer Sturm? Achso, er kann sich hier eh nicht tarnen. Er kann sich hier eh nicht tarnen, in der Rage. Magnetischer Sturm. Ach, das ist Axa, selber. Also ich nuke mir erstmal die erste Platte. Also ihr braucht die Platten nicht nuken oder irgendwas, weil ich mach die alleine schon weg. Story of Death fordert mich zum Glare, wer ist das? Das ist der Typ, den du einladen sollst. Ah, okay. Äh, ja, warte mal. Er hat auch einen hochgebackten Account von Florent. Er ist hinter dir, meint er. Okay. Kann der Deutsche eigentlich? Franzose. Weil er schreibt hier in Deutsch in meinen Twitch-Chat. Ja, ich hab ihn schon im Fall. Ich seh das nicht. Ich seh das nicht. Ja, in meinen Twitch-Chat. Also mal, gleich ist er unter mir, wenn ich ihn beerdigt hab. Ohoho. Ohoho. Six feet under, digga. Junge, guck mal, guck mal, wie die Platte verrecken wird, digga. Was ist denn das hier für eine ECMI? Sind wir jetzt hier in Looney Tunes oder was? Oh mein Gott, digga, guck dir das an. Hallo? Regina, wenn die mit zwei Strikes auf dich raufgehen, will es so viel. Digga, guck sie an, digga. Mein Target. Alles gut, alles gut. Das ist praktisch halt wirklich deutsch, verstehe ich nicht. Boah. Pride, guck. Naja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Lass die Sonne in dein Herz. Hahaha. Mach direkt nächste Platte, digga. Wenn ich da ankomme, will ich da nix mehr sehen. Ich will dann weiter. Hahaha. Will ich da nix mehr sehen, Junge. Ich warte schon. Kryfon. Ey, ey. Dafür soll Ballend? Wenn ihr fertig seid mit Ballend, kommt Kryfon. Ah. Der Prodigy. Schnell als der Striker, wow. Der Level 22er hat genug, der hat von mir gerade ne KKC gepressen. Jungs, wieso nukt ihr nicht rum? Ich verstehe es nicht. Weil ich nicht mehr viel habe. Ja, gebt doch mal eure... Nee, warte, ich gucke jetzt eben in der Konsole, eure User-IDs nach, dann wird jeder erstmal 300.000 Nukes bekommen. Das ist echt geil. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu sagen. Panik-Rum nicht vergessen. Ich bin mal vor. Ja, wer nimmt denn den Träger, weil den nämlich... WCP, wie alt ist dein Akan? Das ist der älteste in der Gruppe hier. Jaja, der ist noch fünfstellig. Ja, vier, sechs, neun, neun, sieben ist dann mühselig. Ja, und jetzt guck dir mal mein Level an. Das heißt, ich habe nie irgendeinen Scheiß gemacht. Das hat noch nichts mit dem Level zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das positiv deuten soll. No, Baby. Ey, der schießt hier auf mich. Lass das. Hey, pfui, aus. Nein. Hey. Der Cross hat keine Zeit, nüchst auf den Nukes schreit zu sagen. Hey, mich will hier den Level 22er killen. Ich habe nur noch 57 HP. Hey, lass das, du Arschloch. Warum gehst du denn da auch rein in den Scheiß? Ja, weg ist er. Siehste? Ja, danke. Warum, warum nimmst du dem Liner ganz? Jungen, guck mal, wie das leuchtet. Ich kriege hier epileptische Anfälle. Boah, geil, Alter. Oh, geil, Alter. Überleg mal, wer hätten das damals alle machen sollen mit neuen Rackwerfern, Alter. Ja, ich wollte die Platte jetzt hier vor Crossy fertig machen. Krüphorn. Ja, wie gesagt, Diggi, wir sind hier gerade in der Lichter-Show. Ist nichts. In zwei Minuten sind wir da. Ja, ich wollte gerade sagen, leuchten mal das weg da. Ich bin einfach nur hier, um Crossy die Racks wegzunehmen, damit der genug Energie hat. Bald kriegen wir Anzeigen wegen Körperverletzungen von euch Epileptikern. Ich würde mal sagen, gefahrfrei machen, Jungs. Ja, Diggi, ich hoffe, dass du nicht weggerackt wirst, ne? Da sind noch sechs Stückchen da drin. DCP ist frei und ich spring auf Panik. Oh, hier ist schon Support für uns. Ich habe mal den Stryker da weggemacht, wenn ich mich nicht. Aber ich habe zu denen geschrieben, I wait for my ring. Ich habe eben noch Gefahr. Ja, Moment. Krüphorn, Krüphorn. Hi, Chefs. Dann darfst du die ersten springen. Kriegst du die weg, Stupi? Okay, schön. Ja, nice. Krüphorn. Krüphorn, OP-Mod. Und Krüphorn, Jungen. Ich bin hier im Sprung. I gotta feel no more, no more, no more. We need no healing versus me. Oh, ich bin auch im Sprung. Ja. Also, ähm, gleich sind die alle tot da drüben. Haube ja. Es war immerhin, weil es ist keine Aktion. Ist das Barland weg? Krüphorn, hau mir jetzt auch noch weg. Ja ne der Ding ist schon am Sprung, der war hier auf Death glaub ich. Der zählt doch gar nicht. Hey was habt ihr eigentlich heute noch vor? Wollt ihr auch die Weltherrschaft anders erreißen oder? Ja jetzt ist der den wir eben eingeladen haben. Ist das egal. Passt auf unser Raketenboot auf Leute, der Rest ist hier eigentlich echt scheißegal. Ah ich bin dran. Der Liner hat auf jeden Fall Gefahrsprung. Ach guck mal hier guck mal her Puppi. Oh, Escort der Laster, oh ich, oh, ein Träger hatte ich im Visier. Also ich nuke auf jeden Fall die erste Platte direkt auseinander. Mach das. Prack. Na, Server Balance Jungs. Ich will nicht. Ich darf Bescheid wenn ich rauskicken soll. Ja warte, ich muss ihn erst mal retten. Ich hab nur noch 68% jetzt. Dann muss man uns in den Schuh gucken lassen, genau. ECP, was nimmst du eigentlich für Drogen? Der muss Medis nehmen wegen... Die Blüchen. Also du nimmst was? Wegen Rücken und so. Lunge kaputt. Ach ne, Lunge. Lunge ist kaputt. Ne, nur feinsten, geilsten Sauerstoff. Ja stimmt, da war was. Boah, hier der Typ. Der nennt sich SPD. Ganz ehrlich. Der müsste von vorne bis hinten weggeschossen werden. Der wird auch immer weggeschossen. Da kann nämlich nix. Ey, so welches angefließt. Das müssen wir ja gar nicht schießen, Digga, ne? So ich gehe... Welcome to BGO-Consol. Hier. Bravo, Saga. Weg Nuken. Big Boy. Du musst weg da, Bravo. Der Träger? Ja, weiß gleich, Digga. Mein Target. Dies ist erst mal die SPD hier weg. Ja, erst mal die Platte. Also die Platte hab ich doch schon am Nuken. Achso, okay. Denn hier, nächstes Target. Da kommen aber keiner an, Digga, wegen dem Träger. Ja, ja. Uh, hey, lass das. Fliege mal so leicht nach außen oder so. So, die SPD hat's wie im wahren Leben zerwissen. Damit der Träger sich drehen muss. Weil die stellen sich jetzt direkt übereinander nach dem PV an. Weil was anderes kennen die nicht. Hätten die was anderes gemacht, wäre es auch schlecht. Äh, DCP-Target, der muss weg. Ja, wie gesagt, wir haben ja andere Probleme jetzt nicht. Nach und nach. Hey! Hey, Leute, raus, raus, raus. Raus, raus. Raus, ja. Benning! Ah, ja, klar. Ah, ja, klar. Ah, ja, klar. Nice Action, Carlos. Nice Action. Ach, die freuen sich doch, dass wir im Livestream angehen. Ja, ich muss das noch drehen, Alter. Schön mit der Peggy-Jungs. Ja, was denn? Die haben nur noch diesen OP, oder nicht? Ich kann nicht verstehen. Wir hauen ab, oder? Ja, ja. Ja, Junge, guck mal, ich bin noch schon voll im Rückwärtsgang. Die haben nicht gesehen, Digga, die Träger sind weg. Digga, guck mal, ich bin in den Slide gegangen. Digga, ich bin auf die Platte zu. Habs Slide gedrückt, Digga, bin gegen die Platte und wieder zurück gebammt, Digga. Und dann sagt, tschüss, Jungs. Okay, wir treffen uns in EXO. Treffpunkt Exo Boje, wenn ihr könnt. Aber anderen, das weiß ich, wohin. Hat mal jemand anders einen Träger oder so? Ja, wir... Ich wollte es machen. Boah, mit Digi ist gleich erstmal ein Tyrium-Farm. Ja, Digi, ey, ich hab auch Bock auf Nies, Alter. Ich packe jetzt in die Esko, da hab ich noch... Erreg, den Summe hat einen Träger. Lass Duwitz, Duwitz hat einen Träger, Digga. Lass Duwitz seinen Träger nehmen und dann ist alles cool. Dann machen wir unsere Noob-Pack. Oh, ich streame immer, wenn ich mal Bock hab, so, ne? Aber am meisten auf jeden Fall am Wochenende. Ja, die Partie. Aber... Also Leute, alle in die Schiffe, wo ihr noch... Wo ihr Bling-Bling machen könnt. Ja, super, Du bist ein Held, Esko. Ja, ich mein, die, die können. Alle in die Schiffe, die Bling-Bling machen können. Und die anderen gehen nach Hause, ja, und dann hängen sie. Ne, ne, die fliegen in uns mit. Ich bin daheim. Ja, ich flieg schon fertig. Äh, worauf Du Bock hast? Ich geh in die Esko, weil da hab ich noch genug, äh, 20 Schiffe. Äh, gib doch mal deine User-ID und dann mach ich dir auf. Nein, Spaß. Dann muss ich mich erst ausloggen. Keine Zeit für. Keine Zeit. Dauert zu lange, Digga. Die zwei Minuten, Digga, will ich nicht warten. Ja, okay, okay. Schreibe ich eben Tobias an. Ja, zwei Wüster, Damage-Comp, Rax, alles klar. Dropout. Außerdem macht Adama Laude, Alter, weil die so eine Hochschule-Fekenz haben und die 20-fachen in der Esko, die wumsen echt gut. Die sehen cool aus. Meine, meine Füllstelliger, die hast du ja. Wer bist du denn? Digga, du bist doch nicht mal ein Top-Gun, Alter. Ich sollte echt mal aufhören. Was? So viel Sauerstoff zu nehmen. Was hast denn du jetzt schon wieder für ein Problem? Nein, gegen dich eigentlich gar nichts, Alter. Ich hab ein Problem mit Kleriker und der ist schon Top-Gun. Aber bevor du Top-Gun lehrenst, Digga, will ich hier wenigstens noch ein Mitspracherecht haben. Was wäre aber, hey, ich bin ja ein Führer, hier kommt niemand mit mir vorbei. Hey, ich sag dir jetzt mal, wie es ist, wenn du den Leuten keine guten lutschen kannst, dann bist du selber schuld, ja? Digga, du musst mir einen lutschen, Digga, dass du mal irgendeinen Slot auf 15 hast, oder? Was ist die B-H-Ton auf 15? Warte mal. Ja, so ein Scanner, oder was? Scanner, ne? Ja, den Todes-Scanner. Junge, Junge, wenn du, wenn du ein richtig alter Spieler bist, dann kennst du den Autopiloten noch, Digga. Nee, warte mal, ich hab ja akustisch nicht verstanden, was? Also wenn du ein richtig alter Spieler bist im BGO, dann kennst du den Autopiloten noch. Ja, keine Ahnung, ich hab den Autopiloten, aber der meldet sich halt gerade nicht. Der ist halt auch im... Den hab ich als allererstes auf 15 gezogen, den Autopiloten. Ey, wenn ich überlege, was ich damals alles verkehrt hochgezogen hatte, dann auch auf der Ops. Porträtten und Jungs, ich hab eigentlich Exo angesagt. Und ich bin hier alleine in Exo, also was los mit euch. Ich bin wirklich in Exo und Bope. Nee, der Chevy ist in Exo, nice. Okay, guys. So are you guys? Ähm, let's crossy, sollen wir Nastron grün oder was? Oder Karri sollen grün, sag mal was. Irgendwas wegklicken. Okay, Nastron grün. Ja, schau. Ja. Juuuuhu. But there is a Peggy out, be careful. Be careful. Be careful. Ey, meinst du, ey? Ey, Karri? Ähm, Peggy is in Hardair, ja? Karri? Meinst du, F7 geht wieder? Ohne dass man sich Sorgen machen müsse. Ja, natürlich. Das ging auch vor die ganze Zeit, ne? Das war, glaub ich, nicht das Problem, oder? Das ist nur ein Cross, Digga. Ich bin in Wegelin, das hab ich jetzt im fünften Mal gesagt, Mann. Ah, wir sind alle jetzt in Nacht. Was ist, Paro? Er ist in Wegelin, der einzige von uns. Achso. Ja, lass den Europäer. Achso, für alle Leute im Livestream, die nicht wissen, was man mit F7 macht. Dann macht man Dauer, 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 Dings aufm, ähm, Asteroidenscanner. Jupp. Ne, Spaß. Das, das, das machen wir, weil der... Damit aktiviert man die Dev-Console, ihr Huren-Sinn. Sieh gar rauf in so'n Schein. Du sprichst auch nicht... Du sprichst doch auch einfach nicht an, Alter. Außerdem heiße ich die Devil-Console. Hallo. Ja, der streamt an. Hm, hm. Da 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 da... Und... ...zwein... Oh, oh. Junge! Oh, wer ist denn das mit deinem Scheiß-Handy, Alter? Pack das einfach mal weg vom Headset oder vom Rechner, what the fuck? Ja, das geht gerade aber nicht. Achso, okay. Ja, das geht gerade nicht. Dann beweg dich vom Rechner weg. Ich muss gerade was melden. Ich muss gerade was bei meiner Staffel melden. Ja, dann wie gesagt... Und vor allem, jetzt ruf meine Frau zum Essen, das geht gar nicht. Was willst du denn dann sagen? Dass du keinen Bock mehr auf die hast, und dass du unbedingt ein Top-Gun werden willst, nur. Nein, nein. Dir lutsch ich keiner, das kannst du knicken. Oh, bitte, bitte. Wir machen Screenshots. Wo willst du sonst denn? Willst du bei dir bleiben, da, oder? Ich bin da jetzt auch am Weg. Das wir Internet Explorer benutzen, Digga. Kopfschuss. Ich weiß, wie gepflegt gelutscht wird. Pass auf. Gibt's ein paar Pullen von deinem Sauerstoff, Digga, und dann gewählen wir uns irgendwo schon einig. Warte mal, meine Alte hat's am Essen gerufen, das geht ja mal gar nicht. Ja, ess doch. Ich geh eine Stunde neben dir, Alter. Das muss man gerade prüfen gehen. Moment, AFK. Was hast du, Eric? Hä? Was hast du gesagt? Ich soll jetzt den Träger, oder was? Den Milchträger. Guck mal, was sie da im Chat schreiben. Ja, da muss ja einen Träger nehmen. Außerdem, der ist doch kein Nuke-Träger, oder? Okay, Cursi, on my way. Wege liegen. Hab ich sechs dazu. Da war ein Liner, der dachte so, ey, geil, Digga, den nehm ich jetzt von der Seite. Hab ich den zwölf Nukes gedrückt. Nein! Ich vers frei. Ja, ja, schieß, schieß. Kill, kill. Dankeschön, Habibi. Sorry, kein Ding, ich warte auf. Hab ich zu spät gesehen. Ich dachte, das macht da irgendjemand anderes. Aber anscheinend sind wieder Unfurche eben. Ich werd so viel Anschiss kriegen. Von Gamma. So ein bisschen clear. Von Capreaker. Von Forseti. Ach, pass. Vom CM. Von meiner Mutter. Ich würd mich gleich mit dem Besen jagen. Weil ich in irgendeinem Online-Game cheat. Ey, Quatsch. Deine Mutter würd's nicht sagen. Weißt du, was meine Mutter zu mir sagen würde, wenn sie noch da wär? Die wird sagen, mein Junge, mach sie alle tot. Ich wünsch das was ich. Ja, das würde deine Mutter auch sagen. Okay, wir sind in zwei Sprüngen bei dir. Wo müssen wir jetzt hin? Äh, Wegebeinen gehen wir jetzt. Schon wieder? Ich sag da schon mal, ist gut. Uuuuh. Das kriegen wir immer aufs Maul eigentlich. Aber der Ding jetzt kriegt grad übel auf die Fresse. Das ist nicht gut. Ja, das waren Torpedos. Folgt im Stream. Lol, Deltakai fragt grad, ob er in unsere Staffel kann. Hat er 15er Account? Ja, hat er. Der hat doch den Jux zu tun. Ja, dann muss er lutschen, aber bei Paro ist es nicht. Ja, Paro ist, liegt bei dir. Ach, Scheiße, wir sind so direkt in Agro, Alter, mit dieser schwulen Esie. That's the same Esie last time, Chef. Ah, ich nub die, die gar nicht so. Ciao, weggesie. Fuck, das ist die, put NPCs spawnen hier. Und der soll Kasten Bier mitbringen, guck mal. Torpedos? Viel Kasten Bier. Ja, wenn er in Staffel will oder nicht? Digga, geht erstmal in Karton und alle rum, Alter. Und macht du noch? Der ganze Striker, Digga. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ich bin in Esko, Digga. Aber der eine Liner stirbt noch. Mmmmm. Kein Ding, duck direkt ab, damit wir uns möglichst zeitgleich wieder treffen. Mmmmm, verreckt. Wo, 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 wo? Hegelin. Verreckt. Ne, bin zu heute in Fernscheußer. Digga, verreckt. Digga, hast du deiner wegen schon klargemacht, dass du wechselst? Oh, nein, Digga, ey. Boah, Junge. Ich schlutsch dir keiner, aber ich kann dir zeigen, wo die feinste Schokolade herkommt. Yo, er ist noch verreckt. Ja, aus der Freude. Nimm den Arsch oder so. Ich wohne hier an der Weitere Grenze, ich kann's dir zeigen, Junge. Ja, was ist denn hier mit dem Linn? Äh, warte mal, ey, Digga. Was ist denn hier mit dem Delta Kai, äh, Pride? Ähm. Was hältst du von dem? Was hältst du von Delta Kai? Ehrlich gesagt, finde ich... Er passt nicht wirklich zu unserer Mentalität, würde ich so ganz ehrlich sagen. Weil, äh, er macht nichts selber, er kauft sich alles. Ja, wow, wir cheaten uns alles. Was ist das für eine Mentalität? Was für eine Logik, Digga, geht ja gar nicht, ey. Pass mal auf, Digga, ich kann doch auch gar nichts. Ich bin auch der Schnurrer hier eigentlich so. Doch, dann sag ihn ja so lieben. Wenn er versundt, wenn er es aus seinem... Sag mal, wie tief will er unter den Tisch botanen, Digga. Ey, hätte ich jetzt nicht schon einen halben Kasten Bier into, so würde ich ganz abkachen. Wie gesagt, ich bin in der Eskor, ich kann nicht schreiben. Einer muss nicht schreiben, dass er aus der Staffel gehen soll. Dann können wir ja auf Probe einladen, wenn da jeder mit Einverstanden ist von den Leuten. Oh, Gara. Ja, ja, wo ist'n die? Ach ja, genau. Time for Nix. Wo ist'n Stoopi? Komm ja rein, man muss über die ganze Korte spielen. Warte mal rein, rausschmeißen können wir die immer noch. Don't push, Geist, don't push. Ja, aber Paro? Hm? Ja, jetzt, ähm, musst du mal entweder die Rechte ändern, oder mich oder Suhl eine Nummer befördern wegen, ähm... Ach, das nur wegen dem Rang, da kann der Paro selber nachher raufschmeißen, Digga. Wenn er drei Wochen nicht da ist, Digga, irgendjemand nervt bei uns, dann können wir ihn wenigstens draufschmeißen. Weil sonst kann das nur Adi und wie selten ist der jetzt online. Ich hab Adis ja Counter ab, das wird da. Ja, aber Digga, wann kommst du mal ab? Ja, du kannst, du kannst jetzt eher mal dafür sorgen, dass ich mal wenigstens Freunde-Reste hier auf'n TS kriege. Was heißt, das ist nicht mein TS? Was heißt, das ist nicht mein TS? Das hier ist nicht der originale Top-Gun TS, Digga. Ligi, such dir raus, die scheiß Strikes, Digga. Das meint, warum wir hier sind. Top-Gun TS... gehört ja Paro. Wie die Staffel ja auch. Was ist das für Striker? Wo kommen die geile... alle her? Was ist das? Ja, ich sag doch nie auf die raus, Digga. Ich luke nicht, Mann. Weißt du warum? Weil ich ein ehrenhafter Spieler bin. Okay? Was hast du aber grad gesagt? Wer ist das für Aschen? Wer ist das? Ja, okay. Wir sind nicht nur deshalb hier hingekommen, Alter. Um hier rauszunuten. Ach. Karamansohn ist wieder hier. Kranz. Ich muss mal kurz weg hier. Was ist denn das für'n Homo-Carrier, den der Stupido da hat, Alter. 14.905 HP. Ist egal, der soll in OP-Mode gehen, damit ich da direkt wieder reinspringen kann. Soll ich in OP-Mode? Ja, mach. Ja, alles klar. Danke so. Mach's einfach so, weißt du. Der steht so mitten in der Koh-Luft-Lotte drin in der OP-Mode. Ich will einfach nur rein und noch ein paar in den Hübschmeißen. Wir kommen da eh nicht mehr weg. Also müssen wir was killen. Der Sektor ist voll. Ich kaut's ab, ey. Jetzt? Ja, ich komm nicht rein. Ich lass den Sprung aber da draußen laufen. Obwohl, wenn's dir hilft, dann brech ab. Wie bist du hier? Bist du im Sektor noch? Ich bin rausgestorben, Divi. Sorry. Ich bin in EXO und hab den Bullensprung angesetzt. Das heißt, irgendwann wird einer von euch draufgehen und komm ich direkt wieder rein. Also alles gut. Äh, dieser Warrior of Death. Ja. Lade mal an die Stock. Ja. Wahrscheinlich wird der Stupido-Ziet gleich draufgehen. Warte, nein. Der nuket hier auch rum mit 20 Wachen, ne? Also auf jeden Fall hat er... Ja, egal. Der soll alles da weg haben. Panic! 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 Die hat auch abgeworfen. Jetzt ist er frisch vielleicht. Ich kann springen. Ja, ist ja schon. Komm mal her. Junge, wie killst du denn das? Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Mach weiter. Richtig dick, alter. Richtig dick. Ja, Stupi, ich komm rein. Jawohl. Ja, ich mache schon. Stupi, du brauchst keinen Schiss haben, Digga. Der Leiner verrückt gleich. Da kommt doch nicht mehr weg, Digga, meine Nukes, die fliegen so ganz langsam wie so ein Hai, der seinen Opfer umkreist hinterher. Guck mal, die Nukes, Digga, die Nukes haben stupidozid und erreicht. Jetzt fliegen sie voll auf den Liner zu, Junge. Guck mal, wie der gleich knallt, Junge. Morville, ganz ehrlich, wer nennt sich denn eine Staffel selber wie so eine blöde Serie? Und, hau rein, Digga, hehehe. Na, möchte gern hier Supermans. Null schießt mal Targets raus, ich glaub, das hat Nukes. Ich hab hier gerade einen Haustenstrike am Arsch, Digga, die ich hier weggehalten muss. Aber, ich nehm jetzt dein Target. Willst du stehen bleiben, oder was? Wer ist weg, Digi. Du hast aber hinten noch einen am Arsch, den nehme ich an den nächsten. Ja, normalerweise ist mit dran, ist mit dran. Oder komm, bist du mit vor? Wer ist weg, der schießt mich. Ich kann nix mit diesem scheiß Schiff, aber ich weiß genau, wie ich mich drehen muss. Und damit die Nukes immer gut fliegen, ey. Ist wie gesagt voll geil mit der Steuerung hier. Ich liebe einfach Top Guns, doch. Digga, Träger, wir müssen ganz nah rein und dann alle Nukes ausklinken. Los, Jungs, los, 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 los. Gib Gas, Jungs. Ich bin schon dabei, Digi. Ich fand mich einfach in Rollen. Ich hab den Rundsen-Titel. Jetzt krieg ich der Liner am Tag. So, so, hinter dir. Es kommt. Ja, ich seh schon gerade. Oh, fuck. Und noch einen scheiß Liner, Digi. Egal, bleib im OP-Mod gleich wieder, damit ich... Ja, ja, ja. Junge, was, wieso sterben wir nicht? Ich verstehe das nicht. Hallo? Der hat endlich. Fuckt. Der, wo ist die Logik hier? Ich muss endlich mal sterben, sonst verstehe ich es nicht. Mach, mach. Don't die, mate. Der Träger hat jetzt zweimal durchgezogen. Fuck, 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 fuck. Kannst du gleich im OP-Mod gehen, Stupida? Ja, der läuft ja, der ist eine Abklingzeit. Du musst immer abbrechen, Digi, oben, als wenn du dich auslockst. Ach, es sind einen Haufen Striker mittlerweile hier. Ich hab langsam richtig ein Problem. Ne, wir sterben jetzt. Okay, es sieht... Ich brauche ein besseres Kortens. Ja, mir schafft es ein Riesen. Ja, der Stupido zieht, der ist auch hart am Feinden. Das ist mit unserem Raketenboot. Stupido zieht es übrigens bei mir zweimal in der Gruppe gerade und steht gerade zweimal. Wie geil, wie das der da ist. Echt? Ja, ich mache einen Sweetshot. Sehr geil. Sorry, aber ich... Ne, alles gut, Alter. Ah, 47 HP! Jeder hat hier seinen Job gemacht, Alter. Alles gut. Und überlebt. Dann bräuchte ich nochmal ein paar Carrier-Nukes, ey. Kursi, ich müsste mal kurz gehen. Er hatte ja zwei, ne? Sui hatte ja zwei, die hat ja irgendwas weggeschossen. Ja, ey, aber ganz ehrlich, so berauschend haben die mich jetzt auch nicht umgehauen, ey. Guck mal, das waren 20-fache Träger-Nukes, ne? Und die haben 9800 Schaden gemacht. Du hattest keinen Waffen-Place. Ja, sagen wir mal, ich hätte einen Striker-Buff, du kriegst 66% mehr Schaden. Dann hätten wir 15.000 Schaden gemacht pro Nuke. Also, wie gesagt, sobald, dann müssen wir mal halt irgendwann mit nur 20-fachen Nukes da rumfliegen. Ja, dafür brauchen wir aber erst mal wieder Nukes. Eigentlich nur Träger-Nukes. Bis gleich. Der kriegst du nicht mehr. Stefan? Ja, 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 Pfarrer, kriegt man nicht, sagst du? Chefs! Chefs! Was? Ja? Joint Top Guns, man. Z-Wer, very nice. Z-Wer, very nice, buddy. Warte mal, wieso bin ich eigentlich gestorben? Oh ja, weil ich scheiße geflogen bin. Ein Humen-Frecker ist hier. K-19? K-19, ja, ja. Das ist der K-19, der sagt, äh, K-19, the Dark Fighter. Ja, wird mir auch angezeigt. Sehr gut. Naja, er glaubt wohl ich bin gut, weil er hat den Sprung abgebrochen und fliegt mir hinterher. Bis auf blau jetzt, oder was? Nö. Wege liegen. Wege liegen. Hehe. Nuked-Junkies. Das ist eigentlich, das ist jetzt nur einer von uns, Nuked. Dann würde ich jetzt noch ein paar mehr Accounts auspacken, so, und jedem von euch ihn geben. Ah, das sieht ganz anders aus. Nuked-Junkies. Wie? Wie? Buhin. Wie ist es gejoint? Hallo? Hallo? Ja. Wie gejoint? Ach, Deus. Ach. Wart, du küsst bei mir so leise, warte. Sorry. Oh, jetzt heute. So will ich den Server auseinander genommen, auf jeden Tag eigentlich. Hört sich verblut an. Cool, ich spring jetzt zurück, ja. Seid ihr gerade unterwegs? Das war fachig, klar. Hey, darf ich öffentlich eine Annonce schalten? MFG für NY für die Top Guns, aber für eine kurze Zeit. Guck mal, was geschrieben hat, Brian. Hehehe. For a few times, man, Digga, wenn du irgendwas schreiben willst, lass es lieber. Ja, sorry, Digga, ich bin panicked, man. Bis gut. 1000 Euro haben wir verloren, Junge, ich hab nicht mal einen Cent in dir das Spiel investiert. Und ich hab mehr erreicht, als du und deine gesamte Staffel. Hehehe. Warte mal, wer hat grad das Lied? Auf. 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 Und der ist auf. Ja, aber in Weidmar. Ah, es wird wieder Zeit. Alles gut.